Hey Leute, hier ist wieder der Thorsten und heute gibt es dann endlich mal ein Bearbeitungsvideo mit Luminar. Ich habe ja schon das Programm vor einer Weile getestet und euch ein paar Sachen gezeigt, was man da so machen kann, welche Funktionen es bietet und so weiter. Und ja, jetzt bearbeite ich einfach mal dieses Bild. Ich habe mal ein bisschen im Archiv geschaut und habe dieses Bild von Shooting mit Laura in Frankfurt gefunden. Und das möchte ich jetzt einfach mal mit Luminar bearbeiten. Fangen wir auch direkt an. Hier habe ich die Ebene von dem Bild und deshalb erstelle ich mir hier erstmal eine neue Ebene und dann kann ich die auch umbenennen, wenn ich das möchte. Ich lasse die jetzt einfach mal so und dann kann ich hier einen Filter hinzufügen. Und da werde ich jetzt erstmal entwickeln. Das ist so mein Standard, was ich immer mache bei jedem Bild, einfach um mal die Grundsachen einzustellen. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit der Belichtung. Da schaue ich mal, was da so passiert und ob die vielleicht zu hell oder zu dunkel ist. Das passt eigentlich schon ganz gut. Die Temperatur ist mir ein bisschen zu kühl, also ziehe ich die leicht nach oben. Man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein bei Luminar. Also wenn ich das hier jetzt auf 100 ziehe, ist das schon sehr, sehr viel. Deshalb nur leicht. Also hier vielleicht plus 3 oder 4. Und dann ziehe ich die Klarheit noch ein bisschen nach oben. Und den Rest mache ich jetzt erstmal über weitere Einstellungsebenen hier. Also ich wähle dann erstmal hier noch vielleicht einen weiteren Belichtungsfilter. Der ist glaube ich hier unten irgendwo. Man kann sich da auch mit der Zeit mal die Favoriten hier speichern und dann hat man hier oben die Möglichkeit, Favoriten eben auszuwählen. Ich habe jetzt noch keine gespeichert, aber dadurch hat man irgendwann die, die man am meisten benutzt, auch immer direkt zusammen. Also ich gehe jetzt hier immer noch ein bisschen suchen, aber ich denke, das geht auch. Hier ist Belichtung, das füge ich jetzt hinzu und dann kann ich da mal ein bisschen die Belichtung hochdrehen. Ich achte dabei jetzt nur aufs Gesicht, denn das möchte ich jetzt heller machen. Also ist mir jetzt egal, ob hier hinten die Gebäude jetzt viel zu hell sind oder so, denn ich maskiere das jetzt gleich wieder aus. Ich klicke hier auf den Pinsel, wähle hier auch einen Pinsel und dann kann ich mit der rechten Maustaste klicken und dann kann ich die Größe von dem Pinsel einstellen, die Weichheit, die lasse ich auf 100, Deckkraft auch auf 100 und dann male ich hier einfach mal ein bisschen übers Gesicht drüber und dann schaue ich mal, was da so jetzt passiert. Das ist jetzt vielleicht schon zu viel. Das kann ich hier auch ein- und ausblenden und so ist das ja eigentlich schon besser. Also das Gesicht ist jetzt halt ein bisschen heller hier, das gefällt mir ganz gut und dann mache ich nochmal die gleiche Ebene dazu, also nochmal hier Belichtung. Das ist eben wirklich das Gute an Lumina, dass ich hier einfach die gleichen Ebenen mehrmals hinzufügen kann. Ja und da drehe ich jetzt auch nochmal die Belichtung ein bisschen nach oben und dann habe ich hier jetzt die Möglichkeit nochmal mit dem Pinsel zu arbeiten. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, mache den Pinsel ein bisschen kleiner und dann male ich hier nur leicht über die Augen drüber. Einfach, dass die ein bisschen heller sind noch. So ungefähr. Hier unten, das ist mir jetzt zu hell, also kann ich hier oben auch radieren auswählen und dann mache ich das hier unten wieder weg. Und ja, dann schaue ich mir das auch nochmal an. Das ist auf jeden Fall besser so. Vielleicht auch schon zu viel, also noch ein bisschen die Belichtung wieder reduzieren hier mit dem Regler. So finde ich das besser. Den gesamten Vorher-Nachher-Vergleich kann ich mir mit der Raute-Taste anschauen. Also wenn ich die Raute-Taste gedrückt halte, so ist das Rohrbild und so ist die bisherige Bearbeitung. Das geht auch hier oben über diesen Knopf. Da ist es genau die gleiche Funktion. Vielleicht ziehe ich diese Belichtung hier noch ein bisschen runter, die vom Gesicht. So ein bisschen Schatten ist da ja schon okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, nehme ich hier noch einen Farbtemperatur-Filter. Denn mir ist das im Gesamten noch ein bisschen zu bläulich, also zu kühl. Deshalb ziehe ich die hier leicht nach oben. Da sieht man auch wieder, das wird viel zu viel, wenn ich das auf 100 ziehe. Also da reicht teilweise schon, ja, so ein, zwei Stufen hier. Vielleicht zwei oder drei noch. Da muss man immer ein bisschen schauen. Auf die drei komme ich jetzt gar nicht. Das ist leider, na jetzt bin ich auf der drei. Das ist da leider noch ein bisschen, ja, schwierig da genaue Zahlen zu treffen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu genau dann, dass ich dann genau die drei treffen möchte oder ähnliches. Ja, was mir hier jetzt auch noch auffällt, ist, dass man ja vielleicht mal diesen schönen Sonnenstrahlen-Filter einbauen könnte. Ich probiere das einfach mal aus, denn man hat ja hier die Möglichkeit auch Sonnenstrahlen hinzuzufügen. Das habe ich jetzt noch nicht so wirklich ausprobiert. Deshalb mache ich das jetzt bei diesem Bild einfach mal. Der wird dann hier unten hinzugefügt. Und jetzt ist der hier mitten auf dem Haus. Das ist natürlich Quatsch erst mal. Dann wähle ich hier Sonnenzentrum platzieren. Und dann kann ich hier diesen Punkt einfach verschieben, zum Beispiel hier in die Ecke von den Häusern. Und dann kommt mir hier die Sonne so über die Laura auch drüber. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Jetzt kann ich hier natürlich auch noch die Stärke einstellen und so weiter. Vielleicht reduziere ich das leicht. Ich gehe jetzt einfach mal alle Regler hier durch und schaue so, was passiert. Nummer. Das ist die Anzahl der Lichtstrahlen. Ja, das ist natürlich auch gut. Aber das setze ich wieder zurück. Mit Doppelklick auf diesen Punkt kann ich das zurücksetzen. Länge. Ja, wie lang die sind. Das klingt logisch. Und Farbtemperatur mache ich vielleicht noch ein bisschen wärmer. Das ist vielleicht schon wieder zu viel. Sonnenradius. Ja, das kann man auch kleiner machen, größer machen. Das ist auch ganz gut. Lasse ich auch einfach mal so. Glühradius. Das ist auch cool. Also man sieht, man hat alle Möglichkeiten hier schon alleine in Luminar. Früher hatte ich sowas wirklich in Photoshop machen müssen. Auch mit ein paar Tricks und ein paar Ebenen und so weiter. Und das finde ich hier eigentlich jetzt ganz gut gelöst. Auch hier ziehe ich die Farbtemperatur noch leicht nach oben. Dann haben wir hier noch was. Das ist, wie stark dieser Effekt ist anscheinend. Und dann habe ich hier noch Randomisieren. Das ist dann... Ah, dann sind die Strahlen anders. Okay, ja. Aber dann mache ich die vielleicht so, dass sie nur leicht über... Das ist auch wieder ein bisschen Fummelarbeit hier. Vielleicht so, dass... Ja, so ein paar Strahlen hier über die Haare gehen und so weiter. Ich blende das mal ein und aus hier. Also so ist es mit den Strahlen, so ohne. Man hat hier so ein kleines Highlight in den Haaren auch dadurch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt kann ich natürlich auch die Stärke noch ein bisschen reduzieren. Das gefällt mir ganz gut. Und dann würde ich dem Bild gerne noch so einen Look geben. Ein bisschen vielleicht ein Matt-Look hier. Einfach mal ausprobieren. Stärke. Dadurch werden die dunklen Stellen so ein bisschen matter sozusagen. Das ist vielleicht schon zu viel. Vielleicht so lebhaft. Da sollte man auch nicht zu viel mitspielen. Jetzt in dem Fall, denn hier das Gesicht wird schon sehr orange. Das lasse ich besser mal auf Standard-Einstellung. Dann haben wir hier noch die Farbe in den Schattenbereichen. Das sieht man hier unten jetzt ganz gut. Das wird jetzt rot. Da kann ich aber auch jetzt eine andere Farbe nehmen. Zum Beispiel so ein Blauton. Oder hier Magenta oder sowas auch wieder. Vielleicht aber auch so ein Grünton. Sättigung kann ich davon von diesem Bereich dann auch noch einstellen. Und wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche. Hier wieder ein- und ausblende. Dann macht das auch schon wieder einiges aus, finde ich. Jetzt schaue ich mir wieder einen kompletten Vergleich an mit der Raute-Taste. So war das vorher Bild, also das RAW-Bild. So ist das Bild jetzt. Und im direkten Vergleich ist mir das hier alles noch zu viel. Das kann ich wieder ein bisschen reduzieren. Also ich schaue mir immer wirklich das Vorher-Nachher an. Diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Einfach um zu sehen, wie stark die Bearbeitung da ist. So, das gefällt mir jetzt eigentlich schon ganz gut. Jetzt hat sich das Gesicht natürlich wieder ein bisschen verdunkelt. Deshalb schaue ich mal hier, dass ich das noch mal leicht aufhelle. So ist es schon besser. Und ich denke, ich werde hier noch mal eine neue Belichtungsebene hinzufügen. Und dann werde ich auch den Hintergrund noch ein bisschen abschwächen. Vielleicht, also dass ich hier jetzt die Häuser im Hintergrund noch ein bisschen abschwäche. Einfach mal Pinsel wieder, Größe ändern. Und dann male ich hier ein bisschen über die Laura drüber. Und dann werde ich diese Maske umkehren. Und jetzt habe ich quasi den Hintergrund sozusagen und kann da die Belichtung einstellen. Und das ist vielleicht so schon ganz gut. Ich schaue mir noch mal einen kompletten Vorher-Nachher-Vergleich an. Ja, das gefällt mir schon gut. Es ist mir alles noch ein bisschen zu warm. Ich werde das deshalb hier noch mal ein bisschen verändern. Vielleicht das auch ganz ausblenden. Nee, das ist schon okay. Vielleicht mache ich das doch auf 2. Und hier oben habe ich ja auch noch mal das Ganze verändert. Das ist dann auch, mache ich auch einfach mal auf 2. Jetzt gefällt mir das schon besser. Das war mir eben einfach zu warm. Also ihr seht schon, je mehr Sachen ihr hier einfügt, desto eher ändert sich natürlich auch wieder ein Bild. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Filter ihr benutzt. Aber man kann ja jederzeit auch wieder hier hoch und kann diese Sachen eben noch mal ändern. Und das ist eben natürlich auch nötig, je nachdem, wie sich das Bild weiterentwickelt. Also nur weil ihr hier eben zum Beispiel jetzt was eingestellt hattet, heißt das ja nicht, dass das schon fest eingebrannt ist, sondern man kann das ja jederzeit wieder ändern. Klarheit ziehe ich noch ein bisschen hoch. Und dann schaue ich mir noch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich an. Das gefällt mir jetzt echt schon gut. Gut, jetzt würde ich gerne noch eine Vignette hinzufügen. Und bevor ich die jetzt hier wieder ewig suche, gebe ich hier oben einfach mal ein Vignette. Und dann habe ich hier schon Vignettierung. Das wird dann hier wieder hinzugefügt. Ganz unten an den Schluss wird das immer hinzugefügt. Und dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht noch ein bisschen abdunkle hier an der Seite, an den Rändern. Größe kann man einstellen. Man hat alle Möglichkeiten hier wirklich. Ja, das sieht man fast gar nicht jetzt. Also werde ich hier mal die Stärke noch ein bisschen weitermachen. Und jetzt noch mal vergleichen. Ja, ich denke, das ist besser. Mittelpunkt vielleicht noch ein bisschen verschieben. Nicht zu viel Rundheit kann ich auch so lassen. Feder. Das sieht man dann schön hier zum Beispiel oder hier oben. Da ist jetzt dieser Rand sehr hart. Ich mache mal hier den Pinsel weg. Dann sieht man das vielleicht besser mit dem Mauszeiger. Also da ist der Rand jetzt sehr hart. Und wenn ich hier jetzt die Feder weiter rüber ziehe, dann wird der Rand eben umso weicher. Und das ist natürlich auch besser, denn so eine harte Kante möchte ich da eigentlich nicht haben. Ja, und dann kann man hier auch die Helligkeit innen, also in der Vignette einstellen. Und die kann ich dann auch ganz einfach noch mal ein bisschen heller machen. Und dann ist das ganze Bild auch in der Mitte noch mal ein bisschen heller. Und wenn ich das jetzt direkt vergleiche, dann gefällt mir das auf jeden Fall schon sehr gut. Ja, noch mal einen kompletten Vergleich vorher, nachher. Also ihr seht schon, dass es ganz einfach ist, da jetzt die Bilder zu bearbeiten. Das reicht mir so auch völlig aus. Ich mag diese ganz krassen Bearbeitungen nicht so sehr. Auch mit dieser Sonne ist jetzt natürlich in Lumina ganz einfach möglich. Und wie ihr seht, wenn ich nur mal diese Sonne ausblende, das macht schon viel aus für den ganzen Look auch. Also das ist auf jeden Fall wirklich viel wert. Wenn ihr Interesse an Lumina habt, dann könnt ihr in der Videoschreibung schauen, da habe ich das Ganze verlinkt. Und da findet ihr auch einen Gutscheincode. Der Gutscheincode lautet Thorsten. Thorsten ohne H. Und wenn ihr den eingebt, dann spart ihr noch 10 Euro beim Kauf von Lumina oder Aurora HDR 2018. Und falls ihr Lumina schon habt in der vorherigen Version und ihr wollt upgraden, dann könnt ihr den Gutscheincode auch benutzen. Da spart ihr nämlich dann auch 10 Euro. Der Gutscheincode ist auch wirklich lange gültig. Also der läuft nicht unbedingt ab in der nächsten Zeit oder so. Selbst wenn ihr das Video in ein paar Monaten erst seht oder so, dann könnt ihr den Gutscheincode normalerweise auch noch nutzen. Und hier habe ich noch zwei andere Videos verlinkt. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Unter anderem mein letztes Video, in dem ich euch zeige, wie wichtig eigentlich die Kamera beim Fotografieren ist. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt auf Abonnieren und verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!